Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11558. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Elektriker sind für die Fehlersuche und Behebung elektrischer Probleme zuständig. Elektriker sind für die Fehlersuche und Behebung elektrischer Probleme zuständig. Zu den Aufgaben einer Rechtsanwältin gehört es, Verträge, Testamente und Vollmachten zu entwerfen. Zu den Aufgaben einer Rechtsanwältin gehört es, Verträge, Testamente und Vollmachten zu entwerfen. Von diesem Serum brauche ich nur einen Tropfen pro Tag. Mit jedem Tropfen werden meine Falten weniger. Von diesem Serum brauche ich nur einen Tropfen pro Tag. Mit jedem Tropfen werden meine Falten weniger. In den Flitterwochen machen wir uns keine Gedanken über die Zukunft, sondern genießen einfach die Gegenwart. In den Flitterwochen machen wir uns keine Gedanken über die Zukunft, sondern genießen einfach die Gegenwart. Durch die Atemübungen während der Meditation gelingt es mir, zur Ruhe zu kommen und innere Entspannung zu finden. Durch die Atemübungen während der Meditation gelingt es mir, zur Ruhe zu kommen und innere Entspannung zu finden. Jeder lernt, einen anderen Menschen wiederzubeleben. Das nächste Projekt ist dieses Einfamilienhaus. Morgen treffen wir uns aber zuerst im Bürogebäude im Gewerbepark. Das nächste Projekt ist dieses Einfamilienhaus. Morgen treffen wir uns aber zuerst im Bürogebäude im Gewerbepark. Das nächste Projekt ist dieses Einfamilienhaus. Morgen treffen wir uns aber zuerst im Bürogebäude im Gewerbepark. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Gelächter Vielen Dank.